Hallo und herzlich willkommen zu Magic Games, so weiß es, wir gehen hinten weg und es ist mal wieder ein Projekt nach Langen. Wir waren ja in den letzten Magic Games dabei. Ich lauf einfach vor. Lass hier. Schon. Nein, hier lass hier nicht. Ich hab schon. Ja, warte. Kannst du schnell nachkommen? Ja. Ich brauche einen Blocker, wo kommst du hier? Das leckt. Das ist schon. Lass abhauen. Lass weg von abgeblitzt. Ich bin grad doch irgendwie doch mitzitzen. Als ob ich's was blöd wurde. Der tut die allein gestattet. Zuckabohr. Hey, wie klein ist die Border? Hier vorne ist... Ah, das ist da. Lass sie schaffen. Boah. Hier sind die Freifläche. Für Achtung. Wie viel? Äh, ein Herz. Oh Gott. Ich nehm mich rein, da vielleicht weiß ich nicht. Alter. Der Server leckt komplett. Leckt der bei dir auch? Also liegt es nicht an mir. Pass auf, lass direkt Steinschweiter mal. Okay, pass auf. Hä, aber ich hab auch... Der fez. Ja, da wird dir ja hysterisch. Das erste, als sich... Ja, da geht's mir langsam. Von den Breidenzieren einmalig kann. Das ist nicht an der Stelle. Heißt, die einmal… Schau mal ganz kurz im Chat, wer schon alles gestorben ist. Kobo ist tot, beflamed und puke tief. Kobo ist auch schon tot. Alle war ja auch alleine. Keramian tot. Er zockt. Und Keramian ernst. Mann, Alter, dauert das lang. Ja, okay, das ist ja nur diese eine Zone. Und ich weiß, es ist mal ein Video nach sehr, sehr langem. Und ich glaube, das letzte Video war vor mehr als einem Jahr. Also, ja, das ist halt so das letzte Abschlussprojekt. Davon ist auch noch ein Trauer. Und wir haben ja Magic Games 4 mitgemacht und weil das auch Mila das letztes Projekt ist, dachten wir, da waren wir nochmal mit. Aber lass lieber nicht mehr kühlen. Hä, bekommst, ich glaube, der Ficulti null, oder? Ich habe noch keinen Schaden bekommen. Achtung, wollen wir direkt die Höhle? Ich weiß nicht. Das liegt halt. Das wäre geil, ne? Schlucht, Achtung! Ja, ja, ja. Die aus, ne, schwarz. Ey, hier vorne ist es. Naja, wir haben ja nicht mehr, oder nicht. Erstes wurde voll. Dann lass ihn wieder rein, oder? Ja, dann erst als Verbatte, lass zusammenbleiben. Der Ficulti ist aber nicht null. Bei uns steht ein Zombie. Ah, ich seh's. Ja, okay, dann bau du ab und ich pass auf. Bei Tobi hat ein. Tobi hat ein Kill. Hugo hat ein Kill. Ja, das waren die, das waren die, das waren die, das waren die, das waren, ja, äh, Ding, gewöhnt, wenn man kommt. Beflammt. Hat der Verlustplatz gemacht, oder? Belast den Flammt. Ja, der hat Verlustplatz gemacht. Und der hat jetzt, ähm, der hat jetzt, ähm, der hat jetzt, ähm, so, wie wir gekillt, natürlich. Ja, beflammt. Ey, jetzt Citrine. Ganz viel. Komponente von Köln und den nächsten aber da hätten wir vielleicht auch den Vorteil der Nachteil oder Vorteil aber es gesehen wie die ich glaube die sind sogar direkt reingegangen die ich es gesagt habe wir sind ja in Richtung des Dingsgegangen Tauern die ich nicht gern in der Köln nachdem wir zu den Kronen darüber mit dem Scham ich weiß nicht dass sie die Nachricht hat er kann aber ich glaube ich glaube ich kann es sein dass die Anlieferung Prozent der Tod es gibt überhaupt normale Schafe das heißt also wir haben auf jeden Fall schon Zuckerrohr ich hab sechs Stück den Leuten er kommt zu mir du bist viel zu weit weg schon davon ich bin zu weit weg ich glaube das machen aber mehrere ganz nah an der Borde ich habe mich nicht mehr aber gibt es überhaupt gibt es auch normale Schafe bevor ich geschlafen erwarte ich etwas also ich meine dass sie mir es greift mich einfach so an ja weil ich ein Angriff kann ich verjagt mehr und von Köln von Köln aber nachdem er in die Richtung weil hinten ab ja lass aber hier noch die Hühnerkönig für alle machen und es zu nehmen wird doch Sprit am besten weil die reiten doch an M-Sort ein M-Sort M-Sort W-König und bei den Kultusen zu abstauen ich würde sagen davon ist wert ich will schon wer hier oben alles was weg das weg das ist vielleicht schon ein das ist ja nicht das hat nicht springen Städte und man sich jetzt ganz schnell ein Schwerter weiße was mich aufregt das im Invertar nicht schützt und rechtlich machen kann das geht dann direkt wieder aus dem Invertar aus das in die Höhle von Bollinger und Schleswig-Hölle oder bei Stuttgart so aufwärtig jetzt schon das hier haben wir noch gemacht haben wir noch am Anfang mein Jahr und abnäher gesagt es kann er nicht die sich direkt euren zu ziehen ein paar Zitrin und abbauniert im Komplett er geht auf auf nach 15 Prozent ähm wie ist einfach oder an die Polen nirgendwo aber nicht hat also denn mit einem neuen der Partner von Abwürttemberg und Portalen heißt es kann sein dass die vielleicht gleich hierher kommen das waren die auch die ich eben gesehen ich glaube das kann man nur greifen kann ja einmal alle vollständig reichen auf einem Feld nicht einfach das ist ein Schwerter Mann oder als sie wirklich kommen oder eine Prost da zu können sich die Kappelgabend seit Ruhm ich habe an die Form die Formanleitung ankommen hier ist das Geld kommt schon zu zerstört und drei Stück die Weckmann Grönland hat die nächste und mehr kommen was man kurz hoch das war ganz kurz hoch meines Erz die anderen Zeiten noch ... ... ... ... ... ... ... ... ... die kämpfen ja die kämpfe noch oder der eine rennt weg nur einer ist gestorben oder ja ja nur einer ist gestorben der in der ofen der ist da noch das tun es ist riskant aber schau mal die wurden ja auch von hinten wahrscheinlich angegriffen alle doch doch komm lass mal da sind sie wie wohl die hat ja doch den gekillt oder die grünen die politik die politik Achtung, nicht, nicht, nicht. Hab' ein Hit. Hab' auch ein Hit bei Hänse. Ich hab' ein Hit kassiert. Halt raus, komm raus. Komm das weg. Geh weg, geh weg. Hau ab. Hab' auch ein halbes. Renn einfach. Der eine ist so low. Renn einfach. Du hast ja ein, du hast ein. Hab' ich ein Hit gemacht? Nein, ich bin tot. Ach scheiße. Ich bin auf Verbindung getrennt. Ich bin auf Verbindung getrennt. Ich hab' ihn nicht einmal getrennt. Ja. Da ist er. Abgeblitzt. Er ist doch auch alleine. Ja. Er ist bei mir. Er kommt, er kommt. Abgeblitzt. Abgeblitzt. Ich glaub' er hat eingesehen. Bei Hänse müsste low sein, weil ich hab' ihn eigentlich ziemlich gut gegeben. Ich hab' ihn, glaub' ich, zwei, drei Hitze gegeben. Abgeblitzt. Abgeblitzt kommt gleich zu mir. Wenn ich ihn mache, ist ja wieder alles gut, oder? Ja. Abgeblitzt. Ich seh' ihn. Eifeln musst du machen, dann hast du dich. Dann ist im Moment anderthalb neben. Er hat mich auch gesehen. Er rennt weg. Ich geh' hinterher. Wer denn? Abgeblitzt? Ja, ich geh' auch abgeblitzt drauf. Okay. Warum bist du mir nicht hinterhergerannt? Weil ich hatte ein halbes Herz. Ein halbes. Ja. Ich weiß' ihn. Hab' ihn. Abgeblitzt? Zweinhalbherzen. Okay. Nein, das Leben ist wieder weg. Alles gut. Und wir haben sogar einen Kill. Jetzt darf ich nur nicht sterben. Okay. Bei Ensen müsste da auch irgendwo noch sein. Bei Ensen müsste da auch irgendwo noch sein. Bei Ensen müsste da auch irgendwo noch sein. Ich weiß' ihn. Wo bist du langgelaufen? Ich bin... Ich bin da, wo wir vorhin waren. Ja, dann, in die Richtung bin ich auch gerannt. Aber ich bin wieder ganz zurück, sogar noch weiter. Ich brab mir jetzt essen. Ich muss zu essen fragen. Ich kann noch nicht mehr sprinten. Du musst vorstellen, abgeblitzt hat er mir sogar verstet. Ich bin da nicht mehr. Nein, ich bin da nicht mehr mitgegeben. Ich weiß' nicht, ich hab' klappt. Ich glaub' schon. Ich hab' drei Hits gegeben. Aber ich war auch mittlerweile wieder voll. Magic ist tot. Wie läuft. Ne, da. Ja. Weil ich bin da nicht mehr. Wenn man ist ja überhaupt gejoint, ich hab' gar nicht das, irgendwie mitbekommen, was ich bin. Hugo's tot. Also von wem? Scantic. Loi. 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 Aber schau' mal, wir haben... Wir wollten nicht halten trotzdem. sind wir haben unser Leben wieder wenn ich jetzt erst sterben und am besten jeder er war ich schon mal das kühlt gekült ja ich hab den richtigen hat gegeben werden ich habe eigentlich war es sogar dumm da hält der Omer Gott da ist auch ein wird in unserer Höhle warte mal nur wie ich bin voll Vier Herzen. Hä? Lass es. Ja, ich ist nicht hier. Aber ich brauche noch einen Schicken. Ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein, wenn du den Töten wirst, dass du dann allein in der Border bist. Ja. Nee. Ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Fühl nicht drauf, wenn du nicht voll bist. Wenn ich voll bin? Ich weiß es nicht. Ich bin voll. Ich schlieb mich mal dahin und schon mit R5. Er ist nicht. Das heißt, er ist wohl... Mach das, was du denkst. Er ist nicht jetzt wieder. Er weiß nicht, wo ich bin. Sehr vor der Welt. Er geht hoch. Er hat gar nichts. Er kriegt Tiere. Ich komme von hinten. Ich habe gerade meinen Ofen, Essen und alles stehen gelassen. Er rennt weg. Er hat mich gesehen. Hast du die Hütte gegeben? Wir haben uns gegenseitig gekillt. Du bist tot. Ja. Aber ich habe ihn auch. Gegenseitig. Ach, Mann. Hey, was... What the fuck? Hey, wir haben uns gegenseitig gekillt. Hey, wie geht's? Gottmurice wurde von Bayer Mse, Bayer Mse wurde von Gottmurice. Wir haben uns in der Millisekunde gleich geschlagen. Das Ding ist... Hey, aber weißt du was? Der hat auch Rüstung. Der hatte... Wir haben Minus gerade gemacht. Ein halbes aber, oder? Ja, ein halbes. Nein. Ein halbes. Ja, ein halbes. Warte. Wir haben drei Kills. Ja, und zwei Deaths. Ein halbes haben wir Minus gemacht. Ja, egal. Okay. Ich sag... Ja... Hey, lebt jetzt überhaupt... Es lebt keiner mehr in der Zone. Ja, ach. Seriax ist tot, oder? Hey, schau mal, wir haben uns echt gegenseitig gekillt. Seriax? Ja. Ja, ich weiß ja, wir können uns ja mal gleich die Aufnahme anschauen. Auf jeden Fall, Leute. Wir sind natürlich noch nicht draußen. Wir haben jetzt noch eineinhalb Leben. Das heißt, ich könnte zum Beispiel... Ja, ich könnte zum Beispiel noch respawnen und dafür Rico nicht mehr. Also wir haben jetzt noch eineinhalb Leben, ja. Das heißt, uns wird ein Kill, dass jeder noch respawn kann. Es war halt ein bisschen Anlag, weil er hatte halt den Low Ground. Aber ich bin so seitlich gelaufen. Aber auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Die Folge war trotzdem, auch wenn wir halben Minus gemacht haben, war trotzdem ganz nice. Und man sieht sich. Bis neu. Ciao. Ciao.